Juhu, herzlich willkommen zu einem Minecraft-Gameplay im Bad Wars. Im Bad Wars vor allem drinnen, mit dem allemal. Hallo! Hallo! Wir wollen nämlich unbedingt echt mal was zusammen aufnehmen. Und ja, Bad Wars ist echt der beste Mode, weil ich da supergut drin bin. Ja, ich auch. Wir sind die Pros, wir sind legendär und wir sind auf den Leaderboards auch. Hoppe. Auf jeden Fall haben wir auch nur zwei komische Random-Typies dabei, die uns wahrscheinlich alles versauen. Die werden im Endeffekt schuld sein, wenn wir verlieren. Nicht wir, wir sind super. Warum stehen wir in den End zu kommen? Könnt ihr überhaupt fassen, ihr Lieben? Ach nee, das bist du ja. Mach ich mir einen Bogen. Hör mal, dann macht der sich einfach einen Bogen, obwohl ich die Bogenqueen bin. Du musst hier schneidern, ja? Ich hab echt meinen Cosplay von Katniss Everdeen gemacht. Ich würde meine Bogen-Skills echt nicht unterschätzen. Echt? Okay, dann baue ich dir einen Bogen. Ja. Scheiße. Es ist so laut. Das ist echt gar nicht laut. Was redest du denn? Hab ich gestorben. Oh Scheiße. Oh Gott. Unser Bett ist kaputt. Hä, war schon? Unser Bett ist kaputt. Hä, wann? Wir haben ja gar nichts mitbekommen. Hä? Was? Wo ist unser Bett überhaupt? Läuft auf jeden Fall. Gar nichts. Gar nichts haben wir. Ach, hier ist das Bett. Ich opfere mich. Glaube ich. Ah, die kommen gleich. Opferuuuuung! Ja! Ja! Ich hab sie alle runtergeworfen. Aber das Bett vernette mich. Rette mich. Hey, was are you doing? Was are you doing? Lass schnell rübergehen. Lass schnell rübergehen. Ganz schnell. Aber ich hab keine Blöcke. Musst du machen. Ist egal. Mach ich alles. Ich komm da nicht hoch. Ist mir egal. Dann geh ich schnell zurück und hol dir welche. Okay, ich hol mir Blöcke. Oh Gott. Wenn die schnell kommen, dann bin ich echt aus dem Ess. Ha, 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 ha. Ähm. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Scheiße, ich hab selber gleich keine Blöcke mehr. Komme, ich hab vier... Ha, 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 ha. Oh mein Gott, ich hab ihn runtergefallen. Wolltest du runtergeschossen oder bist du runtergefallen? Nein, nein. Ich hab ihn runtergeworfen. Ach so, okay. Du hast ihn runtergeworfen. Ja, hab ich. Oh Gott. Yas! Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Pssst. Yas, Yas, er ist runtergefallen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr kriegt mich echt nicht. Nein, ich verdamme dich. Hast du das gerade? Pssst. Der Stress ist zu real. Pssst. Komm, töt ihn. Bitch. Gobi. Ha. Oh mein Gott. Du tötest sie alle. Geh doch weg. Ja, geh ihn. Oh, was ist da passiert? Au. Oh mein Gott, er ist tot. Du hast ihn getötet. Okay, gut. Ja, du hast ihn getötet. Tschüss. Pssst. B... B... Bitch. Latinos. Ihr wollt's kaputt machen, der Schatz nicht. Bitch. Bitch. Nein. Archeus. Pass auf, pass auf. Ahhh. Lauf, 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 die Treppe hoch. Ist nichts hinter dir. Das Bett, das Bett, das Bett hoch, die Treppe, die Treppe. Oh. Nein, da ist es. Okay, Entschuldigung. Es ist so laut. Oh mein Gott, das ist der Letzte, das ist der Letzte. Lissi, oh mein Gott, du kannst gewinnen. Oh mein Gott. Ist das krass. Ist das krass, Mann, bist du? Krass, ey. Ich komme mir vor wie so ein Super-Loop jetzt neben dir. Ich kriege wieder. Huldige der Königin des Tötens. Huldige der Königin des Tötens. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Was könnt ihr? Hör mal, ich habe euch alleine all geraggt, bitches. Okay, hier ist, ich habe genug. Ich habe auch einen. Warte mal, der ist für uns. Ich habe sechs Gold. Rette mich, ich hole Hilfe. Los, rette Lissi. Ach, ich glaube, die tötet jetzt sowieso wieder alle. Baut den Fogen, dann gewinnen wir. Unser Bett wurde zerstört. Hä, Ernst, ich bin wieder, warum wir wollen sonst? Alter. Hör mal, was ist das für ein Scheiß? Oh, guck mal, einer ist runtergefallen. Ja. Oh, das war nice. Ich kann keinen stehenden Gegner treffen. Na, geht doch. Da ist er wieder. Was tust du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lissi, tut mir leid. Vor allem so alleine auf drei Leute. Blau ist schöner. Aber das hier ist ein hässliches Blau. Nee, das ist ein hässliches Rot, finde ich. Ich mag... Oh! Oh Gott, ey. Mann, es leckt die ganze Zeit bei mir. Ich erschreck mich selber total. Es leckt die ganze Zeit. Oh, danke, der hat mir das Gold hier hingeworfen. Das ist aber ein netter Bube. Yeah, nur für dich. Holte Jungfrau. Eine Brücke. Okay. Ich bin weg. Tschüss. Sorry. Jetzt kann man sein. Oh, danke, mein edler Prinz. Mach's gut. Hast du sehr schön gemacht. Okay. Pssst. Habit. Sehr gut. Was willst du? Nein! 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 Bist du runtergefallen? Ja! Mit meinem Bogen. Nein! Nein, wie schnell ging das jetzt bitte? Scheiße. Dieses Arschkitz. Das ist echt... Nein! Er hat mich runterkatapultiert. Oh, das gibt's doch nicht. Ich werf ihn mit dem Fleisch weg. Ich hab ihn mit... Nein, ich hab ihn mit dem Stein getötet. Ja. Wir sind tot. Egal. Ich hab ihn mit Stein getötet. Das ist alles, was ich jemals... Du lebst noch. Das Gold ist noch da. Das Gold ist noch da. Oh, zum Glück. Siehst du, gut, als ich das in die Küste getan habe. Oh, mein Gott. Jetzt hast du den Superbogen gebaut. Und jetzt gleich kriegst du einen Pfeil ab und tot. Yes! Yes! Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot gefallen. Er ist tot gefallen. Dann hab ich gerade echt runtergefallen. Ja! Oh, mein Gott. Jetzt links, links, links. Pssst. Ja! Oh, mein Gott. One Shot, One Kill. Headshot, Screenshot. Soll ich mich mal darüber bauen? Aber es ist echt scheiße, weil mir niemand Rückentdeckung geben kann. Rückentdeckung. Rückentdeckung. Krieg ich den auch noch? Pssst. Das wär echt so cool. Ich verspreche... Oh, mein Gott! Oh, krass. Hallo. Töte ihn. Töte ihn! Ist wieder unten. Ja, oder so. Whatever. Geh doch da runter. Ja, Moment. Schaffst du schon. Ich muss das echt taktisch aufbauen. Töten. Wie komm ich da vernünftig rüber? Ich hab echt zum Schub... Oh, hast du Lieben verloren? Nee, ne? Nur wenig. Das geht so gut. Ich will für den Stress echt so real. Töte ihn! Oh, mein Gott. Töte ihn! Du hast ihm sogar noch eine Hilfe gebaut, wenn er zu dir kommt. Ja, geil. Hey, mein Freund, komm doch vorbei. Oh, mein Gott, kommt einer. Schnell, ich baue noch zwei Blöcke vor Ihnen. Ich möchte ihm doch echt helfen, dass er mich töten kann. Aber das war ein bisschen... Hab! Aber es war trotzdem ganz cool. Ich hab die echt die ganze... Vor allem schreibt er auch noch Postbauer. Ha, Bitch. Geht um sterben. Also, danke, dass ihr dabei wart. Ich glaub, das Video war echt funny bis hierhin. Beim Aldemar haben wir dann auch ein Video hochgeladen. Da könnt ihr auch gerne mal in der Beschreibung vorbeischauen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal. Schreibt mir was in die Kommis. Und wir sehen uns bei der Bitches. Haut rein, Leute.